Unsere Bauwerke erzählen Geschichten. Geschichten von heute für das Morgen. Wie wir leben und arbeiten. Woran wir glauben. In 150 Jahren hat Ipoh unser Land mit aufgebaut. Und unsere Gesellschaft verändert. Mit mehr als 20.000 Menschen mit einer gemeinsamen Vision und mit rund 5,6 Milliarden Euro Umsatz schaffen wir Räume, in denen wir uns neu begegnen können. Bauwerke als Zeugen ihrer Zeit und Spiegel der Gesellschaft. Als Unternehmer geführtes Bauunternehmen bekennen wir uns zur laufenden Weiterentwicklung. Transparenz ist für uns als börsennotiertes Unternehmen unverzichtbar. Stabile Kernaktionäre sind unser starkes Fundament. Wir gehen konsequent voran. Bei Planung und Kalkulation. Über die Bauausführung bis hin zum Betrieb über die gesamte Lebensdauer eines Bauwerkes hinweg. Für eine lebenswerte Zukunft. Gemeinsam mit den Menschen, die unserer Kompetenz vertrauen und mit uns zusammenarbeiten. Mit innovativen Technologien, einzigartigem digitalen Content und neuen Arbeitsweisen wie Building Information Modeling, Lean Design und Lean Construction. Innovationskraft ist unsere Tradition. Expertise ist die Quelle unserer Kraft. Zuhause und in ausgewählten Märkten in aller Welt. Die POR schafft Verbindungen und übertrifft Erwartungen. Wir wissen, neue Wege müssen uns weiterbringen. Oder nach Hause. Was wir sagen, tun wir. Und was wir tun, hat Bestand. Weil es uns nicht um kurzfristige Lösungen geht, sondern um dauerhafte Antworten für kommende Generationen. Wir gestalten Zukunft. Seit 150 Jahren. POR. Home of Construction. FUNKWL. MDR. UNTERTITELUNG Vielen Dank.